Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal um einen besonderen Subsektor gehen, nämlich den Subsektor der Halbleiteraktien, denn hier haben wir einen Sektor, der einfach von jedem Trend mittlerweile profitiert. Sei es das Metaverse, autonomes Fahren, Blockchain, Internet of Things, 5G oder auch Work from Home, egal was man für einen Trend nennt, es werden hier immer Halbleiter gebraucht und nicht nur gibt es hier gutes Wachstum, sondern auch recht viele Aktien mit einem guten Value, so dass es sich gelohnt hat, hier für diese neuen Aktien ein eigenes Video zu machen. Ich werde in diesem Video ein bisschen genauer darauf eingehen, im Gegensatz zu den anderen Videos, was die Unternehmen machen, da den meisten diese Unternehmen wahrscheinlich gar nicht sagen. Wie immer, das hier ist keine Anlageberatung und ich bin auch in einigen der Aktien selber investiert, sogar teilweise stark investiert. Fangen wir aber an mit der ersten Aktie und hier haben wir die Amcor Corporation. PEG ist hier mit 0,52 sehr, sehr niedrig und wir haben hier sogar eine Dividende. Das muss aber auch sein, denn sie sind leicht zyklisch und wenn wir schon mal Amcor besprechen, dann auch gleichzeitig will ich hier die ASE Technology Holding besprechen, die im gleichen Subsektor tätig ist. Hier scheint der Value erstmal ein bisschen größer zu sein, das PEG ist kleiner, die Dividende ist größer, jedoch bin ich mehr ein Fan von Amcor, denn beides hier sind sogenannte O-Sets, also Outsourced, Semiconductor, Testing and Assembly. Also sie sind dafür zuständig, die einzelnen Bauteile eines Halbleiters, quasi die Dices zusammen mit anderen Bauteilen, passiven Bauteilen auch zusammenzusetzen, zu einem eigentlichen Chip dann zu verarbeiten, der dann in die Produkte wiederum kommt. Wir haben hier eine Branche, die natürlich zyklisch ist und natürlich auch mit dem Bedarf der Halbleiter geht. Also ein steigender Bedarf von Halbleitern ist hier natürlich sehr gut, aber wir sehen hier auch unten, wenn wir einmal hier auf die Profit Margins schauen, die sind etwas geringer. Und jetzt ist die Frage, warum nehme ich hier eine Amcor und da sieht man schon so ein bisschen, ich habe hier Amcor gewählt alleine aus dem Fakt, dass sie einen besseren Customer Base haben. Denn von den Fakten her oder von den Daten, die man hier sieht, würde man auf jeden Fall eine RSE Corporation nehmen oder RSE Technology nehmen, jedoch ist es so, dass RSE Technology von einem einzigen Kunden abhängig sind und das ist TSMC. Amcor hingegen ist halt etwas freier und hat zum Beispiel Kunden eher aus dem amerikanischen Bereich, das heißt eine Intel, eine Micron, eine Broadcom, eine Qualcomm. Teilweise ist es auch so, dass natürlich welche das sowohl bei RSE als auch bei Amcor natürlich fertigen lassen. Ich habe mich auch natürlich hier bei Amcor dafür entschieden, aufgrund der Produkte im Advanced Packaging Bereich, gerade im Automobilbereich, wo sie stark wachsen. Denn autonomes Fahren ist natürlich ein Trend und der Anteil an Chips, die auf einmal in ein Auto kommen, wächst wirklich exponentiell, gerade im Vergleich zu etwas älteren Modellen. Also machen wir weiter. Hier sind also die beiden O-Sets beide auf jeden Fall ein Blick wert. Muss man sich natürlich entscheiden, geht man hier das Risiko ein mit der RSE Technology, die jetzt mehr oder weniger nur einen Kunden hat und nimmt dafür die bessere Bewertung, die höhere Dividende mit oder geht man doch zurück auf Amcor. Dann haben wir natürlich hier mit Kulike und Sofa ein Produzent von Maschinen für den Halbleiterbereich und gerade dadurch, dass jetzt natürlich massiv neue Produktionskapazitäten geschaffen werden, sehen wir auch hier, diese Aktie ist gerade stark am Wachsen. Aber nicht nur, dass hier starke neue Produktionsfelder geschaffen werden, es ist auch so, dass sie hier jetzt im Bereich natürlich für die O-Sets tätig sind, also das meiste, was ich an Maschinen hier gesehen habe auf dem ersten Blick, ist für RSE Technology oder eine Amcor interessant und da diese natürlich auch am Expandieren sind, ist natürlich das auch ein Vorteil für Kulike und Sofa, genauso wie, dass sie natürlich auch gewisse Sachen haben, die verbraucht werden, also Verbrauchsmaterialien und damit hat man natürlich dann auch ein Recurring Revenue. Man sieht ja eigentlich auch, die Sales in den letzten 5 Jahren waren stark, EPS war stark, aber auch wieder hier eine zyklische Aktie. Wir dürfen ja natürlich nicht vergessen, dass wir hier quasi am Anfang eines Mega-Zykluses sind oder vielleicht schon mittendrin im Zyklus, das kann uns natürlich hier keiner sagen. Machen wir aber weiter und jetzt kommen wir zu den Fabless-Unternehmen, das heißt, sie besitzen keine eigenen Werke und lassen das Ganze produzieren. Das Einzige, was sie quasi zur Verfügung stellen, sind quasi, wenn man es jetzt ein bisschen runter bricht, die Baupläne für die einzelnen Halbleiter. Hier haben wir Skyworks Solutions und ähnlich wie RSE haben wir hier eine große Abhängigkeit von einem Kunden und zwar Apple. Skyworks Solutions ist in der Kommunikation tätig, aber haben auch jetzt mittlerweile auch ein paar andere Chips, gerade im Smartphone-Bereich und hier sieht man auch, der Value ist auf jeden Fall gegeben, gerade mit einem Forward PE von 12 ist man hier quasi bei einem fairen Wert. Man hat auch ein Unternehmen, das recht gut wächst und natürlich kommt da dazu noch die kleine Dividende. Deswegen hier ein gutes Unternehmen zu einem fairen Wert und man sieht, sie sind auch im Gegensatz zu vielen anderen noch nicht ganz nach oben geschossen und man muss auch sagen, im Gegensatz zu den anderen Aktien, die wir davor hatten, sind sie um einiges weniger zyklisch. Machen wir dann weiter und hier haben wir ein weiteres Fabless-Unternehmen und zwar Qualcomm. Ein Unternehmen, das ich hier natürlich immer wieder auf dem Kanal bespreche, denn ich bin auch selber investiert. Man sieht, es geht mittlerweile seit 2-3 Jahren nur nach oben. Qualcomm ist weniger zyklisch, also das ist auch schon mal ein Vorteil. Wir sehen hier immer noch ein PEG unter 1, dazu kommt eine Dividende von fast 1,5%. Also weiterhin der Value ist da. Dann kommen wir aber hier zu einer Broadcom und das ist ja quasi die Schwester von Qualcomm, die sie auch mal übernehmen wollten. Jedoch wurde das aufgrund der Bedenken, dass das Ganze natürlich ein Monopol würde, weil sie sich einige Bereiche teilen, halt gestoppt. Wenn wir uns das aber hier anschauen, ein Forward PE von 16, in den nächsten 5 Jahren rechnen wir auch hier mit einem Wachstum von ungefähr 15% und zusätzlich kriegen wir noch eine richtig saftige Dividende von 2,75%. Also hier trotz der hohen Dividende lässt das Wachstum auch nicht auf sich warten und deswegen bin ich auch sehr positiv gestimmt, was hier Broadcom angeht. Es ist halt die Variante mit mehr Dividende, aber wenn wir natürlich dann auf die Erwartung für die nächsten 5 Jahre gehen, weniger erwartetes Wachstum. Dann kommen wir zu einem viertklassigen Hersteller von Halbleiter und das ist United Microelectronics Corporation. Es ist natürlich so, dass man durch entsprechende Entwicklung einen Burggraben für sich hier schaffen kann. Jedoch ist es ja auch aktuell so, dass viele Chips einfach fehlen. Dabei fehlen gar nicht die Chips, die unbedingt im 5-Nanometer-Bereich sind, sondern zum Beispiel in der Autobranche gehen. Reden wir hier glaube ich von einem, ja mit den Nodes ist es ein bisschen schwierig mit der Benennung, aber wir reden hier glaube ich von 20 oder 22 bis 16. In dem Bereich, da fehlen aktuell die Chips und das ist eine Technologie von 2008. Also wir reden hier wirklich von weit zurückgeschrittenen Technologien, die aktuell noch nichtmals geliefert werden können. Also hier kann man dann halt auch sagen, als Dienstleister sind sie natürlich immer noch da und können natürlich hier weniger Marge als zum Beispiel eine TSMC verlangen. Aber wir sehen hier unten immer noch recht gute Margen und dadurch, dass es recht wenig Konkurrenz in dem Bereich gibt, ist das natürlich auch recht gut für sie. Kommen wir aber vom viertbesten, ja von der viertbesten Foundry zur drittbesten Foundry oder zukünftigen Foundry, denn Intel ist ja ein IDM, also sie entwickeln selber Chips, aber stellen sie auch her. Intel ist natürlich unter die Räder gekommen, manche zweifeln hier natürlich auch am Unternehmen. Jedoch sehe ich hier die Chance, halt einfach in der zukünftigen Entwicklung der Foundry, dann könnten sie halt auch mit UMC hier quasi die Belieferung der Länder halt fest, ja oder sichern. und Intel ist ja auch in dem Bereich halt einfach dafür bereit, jetzt zum Beispiel auch in den USA oder Europa einzelne Werke zu bauen, denn es ist für mich auch ein Trend, dass halt die Chips quasi das neue Öl sind und deswegen muss man sich natürlich auch als Wirtschaftsland die Halbleiter sichern, denn zum Beispiel wenn in Deutschland oder Europa quasi generell die Halbleiter fehlen, dann können natürlich auch keine Autos gebaut werden und die Werke stehen wieder still. Egal ob Ford oder ich glaube ich in Deutschland war es Opel, wenn das wirklich ausfällt, dann reden wir hier von Millionen bis Milliarden Schaden, die dadurch entstehen, dadurch, dass einfach die Bänder stillstehen und das will kein Land und daher sehe ich halt hier den Bullcase bei Intel, dass sie einfach die einzige Foundry sind, die auch auf dem mehr oder weniger den neuesten Stand sind. Sie sind eine, wenn man ehrlich ist, sie sind eine halbe Node hinter TSMC. Die Nodes, die sie haben, haben sie ja auch jetzt umbenannt, die sind gar nicht mal so schlecht und die neuen Nodes haben gar nicht mal so viel Vorteil und ich denke, dass sie auch wieder aufschließen werden. Deswegen auch hier meine, ja, quasi kurze Empfehlung, weil Intel, wenn man hier auf den Trend der Unabhängigkeit von Halbleitern setzen könnte, könnte Intel halt auch zum aktuellen Preis wirklich eine Value Aktie sein, muss man sich natürlich auch mit hier weiter befassen. Es ist natürlich auch ein Qualitätsunternehmen, selbst wenn wir jetzt hier ein bisschen in die Schwierigkeiten kommen. Ich denke nicht, dass wir hier an den Punkt kommen, wo wir hier dann quasi zu einer IBM werden, die jetzt gar nicht mehr wechselt, weil teilweise zusammenschrumpft. Ich denke mal, das Schlimmste, was hier bei einer Intel passieren kann, ist, dass der Wachstum wirklich enttäuscht. Also, man muss sich hier natürlich auch entscheiden, will man lieber eine Qualitätsaktie oder nimmt man die Chance mit bei Intel. Ich bin jetzt allerdings bei Intel jetzt nicht so bullish, wie bei manch anderen Aktien, auch wenn ich den Foundry Push sehr interessant finde. Kommen wir dann zu einer klassischen Value Aktie, niedriges KGV und geringes PEG. Aber Micron ist halt ein Hersteller von Speicherchips und historisch sehr, sehr zyklisch. Es ist natürlich jetzt die Frage, wenn natürlich es noch andere Bereiche gibt, es gibt immer mehr Bereiche, immer mehr Consumer-Bereich, wo halt diese Chips gebraucht werden, wird es vielleicht weniger zyklisch, könnten sie halt von Spitze zu Spitze ein höheres Wachstum erzielen. Und wie lange dauert jetzt halt der Zyklus an? Ich denke, Micron Technology ist eine interessante Aktie, aber genauso wie im Amcor Technology und ASE Technology sind sie zyklisch sogar noch viel, viel zyklischer. Es kann sogar sein, dass sie ein Jahr mal in die negativen Zahlen rutschen. Deswegen haben sie auch halt ein relativ niedriges Payout Ratio mit einer recht kleinen Dividende. Das ist oft bei zyklischen Aktien so, dass sie einfach nur das zahlen, was sie in den schlechten Jahren halt auch sich leisten können, ohne aus der Substanz zu zahlen. Das waren jetzt aber alle Chip-Aktien. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das etwas näher bringen. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr das Video zu Ende gesehen habt, hier einen Kommentar da zu lassen und sogar, falls ihr es nicht seid, den Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video.